Für dieses forträttliche Lied habt ihr euch ein Märchen wohl verdient. Es war einmal. Oder vielleicht passiert es auch erst morgen, wer weiß. Jedenfalls beginnt meine Geschichte an einem entsetzlich kalten Abend. In dieser Käthe, in dieser Finsternis, geht auf der Straße ein armes Mädchen. Sie hat den ganzen Tag versucht Schwefelhützer zu verkaufen, aber weder hatte jemand etwas abgekauft, noch ein Almosen gereicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik